Moin Leute und willkommen zu dieser Folge Marvel Backstage. Heute bin ich hier auf der Spielwarenmesse zu Besuch bei Kid Design. Mit dabei ist der... Leonard. Und ich interviewe ihn jetzt ein bisschen und am Ende gibt es sogar noch was zu gewinnen. Bleibt auf jeden Fall dran. So, was hat's uns denn schönes mitgebracht hier? Ja, was ganz Tolles und zwar Walkie Talkies im Spider-Man Design. Jeder kennt das aus Kindertagen, ist immer ein Must-Have gewesen, sich damit Walkie Talkies zu kommunizieren, zu unterhalten, Verstecken spielen, sonstiges. Und was ist das hier? Ja, ist auch was ganz Tolles im Guardians of the Galaxy. Im Retro-Design, wie man es das früher kennt mit Walkman, kann ich hier meine Lieblingssongs von MP3 aufnehmen, abspielen. Ich kann meine Stimme aufnehmen, verzerren, verschnellern. Also nicht nur Musik hören, sondern auch gleich ein Spielzeug mit da drin. Mega cool. So, bevor wir jetzt zur Verlosung kommen, und zwar gibt es heute diese beiden coolen Lautsprecher zu gewinnen, frage ich dich die wichtigste Frage aller Fragen. Was ist dein Lieblings-Marvel-Superheld? Oh, das Marvel-Universum bietet natürlich da viele Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, Thor und Iron Man sind da schon ganz weit vorne. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich Thor. Ja, ich finde, er ist ein cooler Typ. Und ja, ist locker drauf. Und was ist dein Lieblings-Marvel-Bösericht? Oh, da muss ich überlegen, würde ich sagen, wahrscheinlich Loki. Sehr cool. Okay, dankeschön soweit schon mal. Jetzt kommen wir zur Verlosung, Leute. Das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach nur unter diesem Video hier kommentieren, wen von den beiden ihr besser findet. Also Spider-Man oder Iron Man. Und am besten auch noch dazu schreiben, warum. Und schon könnt ihr einen von den beiden gewinnen. Mega coole Sache. Macht auf jeden Fall mit. Das war's dann jetzt auch soweit von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und vielen Dank für das Interview. Danke dir. Haut rein bis zum nächsten Mal und ciao. Hey, ihr seid noch da. Klick mal da rauf.